Ich heiße Kirsten Schade und arbeite als Generationenberaterin. Das heißt, ich bin eine Lotsin im Behördendschungel. Schon seit vielen Jahren berate ich Menschen zu den Themen Pflege, Schwerbehinderung und Vollmachten. Das hat mich mein Leben lang begleitet und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, Mein Leben mit dem Lymphödem. In meinem Buch geht es um meine persönlichen Erlebnisse, aber auch um viele hilfreiche Tipps und Informationen für Betroffene und Interessierte. Themen wie manuelle Lymphdrainage, Kompressionsversorgung, Reha-Aufenthalt oder auch Komplikationen werden in den einzelnen Kapiteln näher beschrieben. Die Zukunft in der Lymphologie, ein wichtiges Thema, gehe ich auch genau darauf ein. Ich möchte vermitteln, dass man trotz chronischer Erkrankung positiv leben kann. Denn wir leben nicht für das Lymphödem, sondern mit dem Lymphödem. Das ist ein schönes Thema. Ich komme z解決ation und muss sich in meinenód. Deus und nicht will! Ich komme mit dem Lymphödem! Ich komme mit dem Lymphödem. Ich komme zum Viertödem. Ich komme mit dem L esseriminal Adriative aus. Ich komme zusammen Ein vollbracht.